Kanal, Kanal ist gut und damit hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hm, ne. Wenn die oben beim Übertragungsraum sind, dann... EMP-Mann und Timmit. Nichts mehr. Kannst doch nicht hier einfach die Funkverbindung stören, wenn sie übertragen. Weniger Smog. Äh, Smog-Mog. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Knock-Knock. Ich dachte, das wäre Montagne. Das Knock-Knock-Symbol sah auf den ersten Blick aus wie Montagne. Ein Großraumbüro. Nein, ich habe kein Fuse dabei. Schlecht. Boah, sie haben... Oh. Ich glaube, ich treffe da oben. Was? Einsatz in 10 Sekunden. Er ist nicht. Kaum ist die wieder drin, wird die gespielt. Mach mal meine Kamera da kaputt, Seraphim. Ja, genau die da kaputt. Kann ich nicht, ich habe keinen Zwitsch. Mann. Meine Kamera habe ich. Ich habe auch eine und die andere ist schon weg. Oh, hier ist Kaschler-Zeug. Ach, Mann. Fuse wäre jetzt noch schöner. Jetzt wissen sie, dass wir EMP-Mann haben. Elektro-Einsatzschild deaktiviert. Da ist Clash im Raum. Oh nein. 22 noch. Ich verschwinde. Ich verschwinde und schon haut unser Teamkollegen ab. Scheiße. Oh, das gibt's nicht. Meister war oben im Treppenhaus. Okay. Bei Seraphim. Er hat sie unten draußen gewesen. Komplett zu. Was machst du denn? Ah, du mich auch Clash. Ist aktiviert. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Pass auf, die Tür offen. Na, stimmt. Nee, ich du. Seraphim. Ah, ich habe auch. Ah, ist zu. Jetzt habe ich nichts mehr zum Aussprengen. Ah! Entschuldigung! Hier bitte aufmachen zur Strafe. So, dort kann ich noch was werfen. Clash und noch jemand ist noch da. Lass mit Hock immer hinten nach hinten gucken mit der Drohne. Jetzt müsste gleich eigentlich das Loch kommen. Alles ist staubig. Stehen rechts zu Tante. Wo ist er denn? Ach, da. Ich dachte, er stand in dem Raum. Mit dem Fenster da. Bei diesem Kontrollraum. Ja, da war er auch. Ja. Du Schicht. Entschuldige, dass ich dich mal angeschossen habe. Ich habe nur gesehen. Ich glaube, Clash hat... Ich wollte eigentlich zurückschießen. Weil es muss ja ein Gegner sein, der da schießt. Mach doch einfach nächstes Mal. Ich glaube, Clash hat gar nicht mitbekommen, dass ihr Elektroschild aus war. Auf jeden Fall hat sie mich nicht angegriffen. Ich wollte es wissen. Hm. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Oh Mensch. Moment. Moment. Endlich wieder hier oben, ob ihr ein Schild. customsflçasgeladen. Da haben wir die höhere Anstre chiffoniale angebracht. Vom Fenster wegbleiben. Shattling ist breit. Benutzer Schild. Ich sorge für Ablenkung. Am witze, erleben sie eine Überraschung. favorable. Ich stehe zu den Führer ein. Reitscharf gemacht. Zu dem Auge behalten. Fast gesichert. Zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Mehr ist immer gut. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Finster ist blockiert. Ja, ich war ja auch gerade ganz die hellste. Wo ist denn die zweite Bombe? Unter dem Bereich. Ach man. Hätte ich eher reagieren müssen. Komm schon. Die haben Fuse. Oh ja, komm zu mir. Weg mit ihm. Fuse. Ibane oben auf dem Dach markiert. Ich glaube nicht, haben sie keinen Fuse. Ja, haben sie, glaube ich. Sie lokalisiert. Hey, meine Ecke. Unten kommt jetzt jemand an. Das ist Blitz. Blitz unten rot markiert. Und er ist tot. Ups. Ach, Fuse ist auch tot, was? Ja. Die Wana ist tot. Kapital und nur noch ein Fragezeichen. Kapital ist tot. Ich glaube, es kommt oben rein. Ist oben. Nee, Jack ist da rein. Nee, ist ganz oben auf dem Dach. Okay. Jetzt ist es hier vom IBANA. Rot markiert. Noc. Vom IBANA, sage ich. Vom Alibi. Hologam. Oh. Einfach mal vorgeschossen. Oh, schon zwei hier weg geht's. Nach einer... Nee, betreten. Wer ist dir wieder frei geworden? Freichheit. Ja. Na, EMP, Mann. Ich glaube, Jack hatte den vorher, oder? Nee, ich hab'n gehabt. Okay, dann Jack Termin freigegeben. Hm. Ja. Den Standort des Biogefahrsitzbehälter finden. Die zwei Autos. Die zwei Autos haben wir. Ich guck mal, Keller. Brauchst du nicht. Keller sauber. Sie sind oben, da, wo wir waren. Da, warum? Okay. Weiter weg. Weiter weg geht's gar nicht. Nicht bei mir hinfahren. Nicht da, dass Papier hinfahren. Hier ist noch kein Störsender. Jetzt wurde ein aufgestellt. Ha, drin. Ja, da kommt so rein, aber nicht. Hallo, Mira. Oh. Oh, Kurve hat gekratzt, aber nicht so wirklich. Mist. Standort des Biogefahrsitzbehälter. Standort des Biogefahrsitzbehälter. Hätte ich meinen Spawn geändert, hätte ich es einfacher haben können. Ja. Pass daran. Deckmachholz. Der Biogefahrsitzbehälter wurde lokalisiert. Ah, scheiße. Das ist ein Loch in der Brücke zu spät. Kacke. Lesionenbrücke. Ich hab auch noch hingeguckt. Und mich abgewendet. Ich hab auch noch mal durch, mit der Drohne mit. Und hier Störsender Mann und Mira im Zwischenraum. Zwischen Ü und Serverraum. Version war zuletzt Brücke. Und wie gesagt, Störsender Mann zwischen Ü und Serverraum. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Hell eingesetzt. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Druckertgegner eliminiert. Und war er jetzt unten noch? Ja, kam gerade auch. Der Brückenmann. Boah, was für eine schöne Rolle. Weil Clash hat mich viel in den Rücken zugedreht. Am anderen Bindern. Wo hast du reingeschossen? Ja, wo... Auf der... Vor Dach. Welches? Das von der Baustelle aus? Oder das vom... Nee, nicht von der Baustelle. Okay. Bootsvorräte. Wo dem Blöderl ist. Wo dem Blöderl ist. Wo dem Blöderl ist. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter... Ich erst mit Läsionen springe. In der Luft gespawnt. Moment. Max bereit. Die Kommenswarte beleidigt. Platziere Stacheldraht. Was ist denn das denn da? Er zielt und er trefft. Neue Drohne für uns. Drohne oben bei mir. Komm, zwei Kitschen. Was gesichert. Ich lade nach. Beide lupen zu. Beide? Im Klo. Nö, die habe ich offen gelassen. Also hier, Spinde. Oder Fußballzimmer. Baustelle, Blitz und Termit. Mist, die haben sie schon kaputt gemacht. Ach, Mann. Und es ist noch Rebana. Ich muss den Mobienschild aufstellen. Bildträger müsste Jack wieder sehen von mir. Müsste unten sein. Okay. Oben auf dem Dach. Knock haben sie noch. Äh, knock. Nomad. Nomad. Weinen entdeckt. Okay, hier am Großraumbürofenster ist noch wer. Schwarzbad hockt da. Rot markiert. Geht gleich oben rein. Okay, neu. Rennt auf die andere Seite. Über die Brücke rennt. Ne, er setzt sich an der Brücke. Ist der draußen Deck, oder? Termit macht ja auch. Vorsicht, gelber Ping. Oh. Mina hat er gefunden. Ach komm, Alter. Leck wieder. Okay. Aber der hat nur noch... Termit ist tot. Gut, da ist noch eine Gummi, ne? Die machen über dem Bootsraum Decke Boden auf. Im Gang, um diese alten Blödie delikten Kameraden. Die Bahn da umgelegt wird, das soll ich treffen. Okay. Ja, die Bahn da macht jetzt das auf. Ja, bei dir da auch. Drei, Kairo setzt sie ein. Bestimmt gegenüber dem Treppe, ja. Ja, ja. Das heißt, die auf euch, okay. Eine Gummi noch auf der Treppe gefunden. Ja, ist wieder hoch. Direkt Kamera links von dir. Die Kamera links von dir. Auf dem Müllsack. Nur noch fünf, zehn Sekunden. Ja, ja. Der ist kurz. Zehn Sekunden noch. Beide. Verletzt. Leck wieder. Beider. Beider. Ein Schuss. In der Mitte geteilt. Ja, aber der hat nur noch rübergezogen. Das war bloß eine Kugel. Guck. Ja, der hat auch nicht mehr zu. Die Kugel in der Mitte geteilt. Was ist das denn für ein Outfit? Na hier, schau doch. Ich dachte erst Togepi. Das darfst du eigentlich nicht machen. Also wenn da jemand verletzt liegt und der letzte Gegner das hätte ins Auge gehen können, so war es natürlich schön, aber das muss ich lassen. Wenn es schief geht, dann ärgere ich mich und ja, das will ich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Das war ja Leitend. Und man hat mich letztendlich für ein Kind noch livestock. Und die Leute draufgeisen. Dann ging es erstmal 아iß Passant Tweets so zu gucken. Und mit mir geht es runter. hör 영상 in drinnen. R 34, lithium Ooze. Und tatsächlich wie einfach gek fate. Nee, bis zum nächsten Mal.